Ja, los geht's. Nein, ich hab gesagt, los geht's. Ich werd hier jetzt einfach nur noch durchrehen, weil ich hab keine Lust mehr. Das macht keinen Spaß mehr. Wenn man das schon zum dritten Mal versucht... ...nur ein paar Stunden bis zur Sperrstunde. Dann sollten wir uns beeilen. Was? Ist das dein Ernst? Heute kam diese scheiß Aufforderung. Ich wurde für den Arbeitsdienst ausgewählt. Dass er ihm aber auch nicht angezeigt wird, dass die Aufnahme abgebrochen wird. Oder abgebrochen wurde oder sowas. Man sieht das überhaupt nicht. Komm, lass mich ein bisschen schlafen. Es ist so furchtbar manchmal. Manchmal hat man halt so Tage da läuft's und manchmal hat man so Tage da läuft's gar nicht. Alle Einwohner müssen schlafen in der Lage sein. Anweisungen der städtischen Beamten ist Folge zu leisten. Sieh mal da. Es gibt doch keine Lebensmittel. Es wird wohl wieder knapp. Ja, ich weiß. Wir machen die gerade eine Razzia, dass ich hoffenweise Infizierte bin. Aber ich wende hier jetzt nur noch durch. Da wird eh gleich einer erschossen. Wahrscheinlich gibt's immer mehr Infizierte. Ich habe uns Papiere besorgt. Die sollten wir uns in der Kamera machen. Bleib einfach zu. Okay, weiterfahren. Was wollt ihr hier? Ich habe heute frei. Ich besuche einen Freund. In Ordnung. Geht weiter. Danke. Let's go! Let's go! Let's go! Don't leave it! Firefly! Schieße! Firefly! No! No! Weck hier! Komm doch! Weck hier! Komm doch! Das ist sofort geklappt. Alle Zivilisten müssen den Bereich sofort hinterlassen. So viel zum einfachen Weg. Verarzt dich, okay? Ja, dachte ich mir auch. Mhm. Ja, ich habe die Steuerung verstanden, weil ich das schon zum dritten oder vierten Mal mache. Nein, drittes Mal war es genau. Sie werden alle Checkpoints schließen. Wir werden außen rum gehen müssen. Dann machen wir das. Hinter der Mauer? Oder wir lassen Robert in Ruhe. Toll. Herr Tess, hast du's mitgekriegt? Ich war da. Hey, wie sieht's am Osttunnel aus? Er ist frei. Bin gerade durch. Keine Patrouille. Was habt ihr vor? Wir wollen Robert besuchen. Ihr auch? Wer will denn sonst noch zu ihm? Marlene? Sie hat nach ihm gefragt. Sie sucht nach ihm. Marlene? Was wollen die Fireflies denn von Robert? Als ob sie mir das sagt. Tja, was hast du ihr gesagt? Die war alt. Ich hab keine Ahnung, wo er steckt. Sehr schön. Hey, halt die Ohren steif, okay? Das Militär wird bald überall sein. Ja, dann bis bald. Marlene sucht nach Robert? Was hältst du davon? Gefällt mir nicht. Wir sollten ihn vor den Fireflies finden. Ja, das sollten wir wirklich. Wenn jemals diese Aufnahme funktioniert. Also haben wir schlechte Chancen. Wir sind dran. Hey Leute, wie sieht's aus? Es braut sich was zusammen. Und wie sieht's hier aus? Gut. Alles ruhig. Keinerlei Militär oder Infizierte. Das hört man doch gern. Kann man jetzt einfach hier durch? Leute. Hopp, zack, 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 zack. Hier ist nichts besonderes. Joe, hilf mir mal damit. Die ganzen guten Sachen, die kommen jetzt. Seid vorsichtig da draußen. Jaja, wir kriegen das schon hin. Keine Ahnung. Oh Gott, das ist schlimm. Wir sollten darauf achten, was sie wegwerfen. Das ist verdammt dunkel. Ich werde Licht. So, unser Zeug. Da ist mein Zeug. Ich nehm deins und meins, okay? Nein? Schade. Endlich eine Knarre. Nicht mehr viele Kugeln. Tja, du musst beziehen. Wir brauchen nicht mehr viele Kugeln. Ja, mach rein, ist immer ne gute Idee. Ah ja, genau. Okay, Cowboy. Hilf mir hoch. Ja, bin schon dabei. Bin schon dabei. Mach mal, mach. Mach hin, Joe. Du weißt doch, Joe, ne? Ja, Mann. So. Auch mit dir. Siehst du, ich mach mir extra für dich die Hände schmutzig. Na los. Ja. Bin da. Ja. Hier am. Hier am. Weiter. Wo wir gesessen? Okay. Wenn ich das nicht immer? Ist das ne Fangfrage? ja ich war lange nicht draußen das ist fast wie ein ich bin ein sehr romantisch du hast deine vorzüge du bist nicht mein typ baby wo ist die leiter ich muss ja ja irgendwo ab sie ja ich bin doch schon dabei die leitung ist echt schwer so wie der sich anstrengend lady muss mich wohl verwechseln alles ist relativ aber ich mag die beiden hier war was das weiß ich noch in der schublade war nichts mache ich nicht mehr auf sonst war ja auch nichts mehr zum aufmachen hier war noch was ach das habe ich wissen okay ja egal da kommt noch eine jetzt hier runter machen wir unsere waffen noch hat um seinetwillen hoffe ich ja wenn wir unsere waren erst haben werden wir sie auch schnell los wo wir von waren reden wann kommt was neues rein da kommt nicht mehr zu viel neues keine angst wo zur hölle kommen die her bisher war es hier sauber sie kommen irgendwo raus pass auf da liegt ja der grund die leichte ist nicht alt wir müssen wirklich wachsam bleiben da liegt ein grund da ist ein grund nein es ist ein gebündel hier sollten wir durchpassen alles ok ja die verdammte decke kommt runter pass auf alles klar chef ja der arme kerl meine maske ist kaputt ich will mich nicht verwandeln bitte sowas ist immer hart egal wie auch sowas ist immer echt hart so hier war nichts mehr hier war hier noch irgendwas ich glaub nicht ich schau trotzdem lieber noch mal alles durch auch wenn ich es jetzt schon öfters durch geschaut hab ich hoffe so sehr dass diese aufnahme hier funktioniert ich hoffe so sehr oh ja troll kann gut hören ich bin voll unter sp creo und oder bisschen wie hier aber zum und so crisis So. Okay. Kann ich das jetzt aufnehmen? Ja, ich kann es aufnehmen. Ah, so funktioniert das jetzt, habe ich es gesehen. Alles klar. Gut. Dann mal hier rauf. Und hier rauf. Hier war nichts. Genau. Passt. Alles erledigt. Zack. Und draußen. Wunderbar. Geschafft. Ja, gute Luft. Dann hast du recht. Ich hasse den Gestank in der Stadt. Warum wachst du Bill nicht nach einem dieser Raumsprays? Diese Raumsprays funktionieren nicht, die stinken nur ohne Hilfe. Hier lang. Sicher den Angas. Ja, klar. Hier rauf nichts. Genau. Verdammt. Das Brett ist weg. Ich geh schon. Wärst du so nett, bitte? Ja, ja. Ich bin schon mal da. Ich hole es. Hier, reich es rüber. Das hier ist für dich. Das hier ist für dich. Das ist ganz schön schwer. Ich werde davon fassen. Du stellst dich nur an, mein Mädchen. Okay. Hey. Nein, nicht mein Mädchen würde sich so anstellen. So. Und ich habe schon wieder vergessen, wo es hier rausgeht. Jedes Mal wieder. Ah, da. Gut. Das ist sehr, sehr gut. Ich hoffe so sehr, dass es dieses Mal aufnimmt. Und ich bin im Schleichmuss. Schwing deinen Arsch hoch. Dann los. Das ist sehr gut. Vielen Dank.